Hallo zusammen, ich stehe hier vor dem Kühlraum, der ist zwar ausgeschaltet und hier habe ich ein RivaCold Kühlaggregat und hier habe ich ein Display und teilweise leuchtet auf diesem Display E5. Bitte ruft mich nicht an, wenn hier im Sommer E5 draufsteht, weil dann ist es meistens zu warm oder es wurde schon lange nicht mehr der Wärmetauscher gereinigt. Hier drin ist ein Wärmetauscher, man kann den ganzen Deckel wegnehmen, hier diese Schrauben lösen, hier oben diese Schrauben lösen, das Deckel wegziehen und dann seht ihr hier unten den Wärmetauscher und dieser Wärmetauscher ist dann meistens verdreckt, den Abstaubsaugen, den Staubsauger und mit Druckluft ausblasen oder nur schon im Besen nehmen und wichtig ist nur in diese Richtung bürsten, nicht quer. Das ist es heute, wir rechnen heute mit warmen Temperaturen, 36 Grad oder sowas, keine Ahnung. Kühlaggregate sind heute nicht mehr ausgelegt, weil ja immer ums Geld geht, günstig, günstig drangekommen, werden unterdimensioniert offeriert und dann kommt hier E5. Wenn sie nicht gewartet wurden, wurde auch gespart dran oder man hat jahrelang nichts gemacht, weil sie laufen ja eigentlich ohne Probleme. Wenn hier auf dem Display E5 steht, putzen und schauen, ob der Ventilator läuft. Ventilator sitzt hier oben. Das gilt nicht nur für das Aggregate, das gilt noch für andere Aggregate, alle Aggregate von RivaCold. Auch hier stehen Kühlcontainer, die gehen jetzt dann in die Vermietung. Das gilt aber auch für diese Kühlaggregate hier und dieses Kühlaggregat hier. Das sind kleine Kühlanhänger, die wir in der Vermietung haben. Ja, das ist es jetzt hier aus diesem Kühlcontainer. Es geht nicht um den Kühlcontainer, aber sondern um die Störung E5 bei RivaCold Kühlergegaben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.